Moin Moin, ich bin jetzt hier auf Rathausmarkt, habe mich in das Kondolenzbuch eingetragen bei Uwe. Das bin ich Uwe schuldig und zur Beerdigung gehe ich natürlich auch. Und Hamburg ist richtig traurig, das könnt ihr sehen. Aber wie gesagt, irgendwo muss das weitergehen. Irgendwann sind wir alle dran. Aber Uwe, mach's gut. Und drück mal die Daumen, dass wir irgendwann aufzeigen. Ich hätte dir das so von Herzen gegönnt, dass du das noch mitkriegst. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Aber das wird schwer genug werden. Alles klar. Und dann nur der HSV. Alles Gute für dich. Hau rein ins Tango. Tschüssi.